Hallo, Servus bei Monaco de Lux. Schön, dass du wieder draufgekickt hast. Heute mit einem Restaurant-Tipp aus dem Westend in der Westend Factory. Ein Steak- und Fischrestaurant für die Nachbarn von nebenan. Ich zeige euch, was euch das besonders macht und was es Leckeres gibt in dieser Folge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hallo Sven, eine Frage. Was macht deine Küche denn so besonders? Ich denke, unsere Küche macht aus, dass sie frisch ist, authentisch, regional. Und das ist das, was wir sind hier in der Factory. Und was Leckeres gibt es denn heute? Das Leckeres ist ein schöner Saibling aus dem Schongau. Wir hatten ein schönes Entrecourt vom Kalb. Wir haben auch noch andere Schweinereien, wie zum Beispiel unser Porky. Wir stehen in deinem neuen Restaurant, in eurem neuen Restaurant besser gesagt. Was macht denn das Ganze hier so besonders? Also außer natürlich dem Look, den wir gesehen haben. Aber ich denke, ihr habt euch etwas überlegt, warum das so aussieht. Ich glaube, es geht einfach um das Nachbarschaftliche. Wir wollten ein Restaurant kreieren, das wirklich in der Nachbarschaft zu Hause ist und für die Nachbarschaft auch ein Zuhause bietet. Man geht hier nicht her, um quasi dieses großes Fine-Lining zu haben, sondern es geht um eine Gemütlichkeit, um gute Weine, gutes Essen aus der Region, aus der Nachbarschaft Ismaning. Wir holen die Sachen aus dem wunderbaren Fischer, aus dem Lecher raus, haben Münchner Bierkultur. Ich glaube, es geht einfach um dieses gemütliche Zusammensein, zu einem vernünftigen Preis schöne Abende zu verbringen. Das war wieder eine Folge von Monaco Deluxe. Schön, dass du eingeschaltet hast oder draufgeklickt hast. Und ihr wisst, hat euch die Folge gefallen? Lasst mir einen Daumen hoch da oder noch viel besser. Hier draufklicken und abonnieren, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe. Und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.